Die häusliche Pflege und mehr von Sibylle Schreiner in Aachen. 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr, für Sie persönlich erreichbar. Mit unserem ambulanten Pflegedienst unterstützen wir Sie zu Hause, wann immer Sie es wünschen. Unsere Pflegekräfte betreuen Sie medizinisch, pflegerisch und hauswirtschaftlich, ganz nach Ihren Bedürfnissen. Auch bei erhöhtem Betreuungsbedarf, beispielsweise bei einer Demenz, ist unser freundliches und qualifiziertes Pflege- und Beratungsteam, ambulant oder im Jahntag, 24 Stunden gerne für Sie da. Sollte dann eines Tages dennoch ein Umzug unumgänglich sein, bieten wir Ihnen im Jahnpark in Aachen Sicherheit und Selbstständigkeit im betreuten Wohnen mit Service an. Zusammen finden wir immer Lösungen, um Ihnen das Leben im Alter und bei Krankheit so angenehm wie möglich zu gestalten. Beratung ist uns wichtig. Gemeinsam klären wir alle Fragen zu Kosten und Anträgen bei Kranken- und Pflegekassen. Schauen Sie einfach vorbei. Sollte dann.